So, und da ist er nochmal, unser kleiner Wirbelwind. Und das ist sein Lieblingsspielzeug. Ich hoffe, wir haben jetzt hier nicht den Kamera-Vorführeffekt, sondern, dass er vielleicht sogar abortiert. Das macht er nicht, aber er jagt hinterher. Und er hat da wirklich viel Spaß mit dem kleinen Ball. Ja, ne, da spielen wir immer. Er ist ein ganz verspielter, kleiner, junger Mann, der Lust hat aufs Leben und der wirklich gute Laune versprüht und die Sonne jeden Tag scheinen lässt. Also, wenn ihr den Philou auch so toll findet wie ich, meldet euch bei Tierfreunde Griechenland. Dann könnte er schon bald bei euch sein. Ist er nicht süß? Ist er nicht zuckersüß? Ja, das ist er. Da ist er. Also, Grüße auch vom Philou. Nach Deutschland, vielleicht an seine neue Familie.